Hallihallo Leute, ich muss mich bei euch entschuldigen, gestern kam nichts und heute, nur das hier, ich hab das Abo-Special, ich hab gestern und heute wirklich hart am Abo-Special gearbeitet, an dem 900-Abo-Special und hab's jetzt auch fertig, die Render-Encodier-Arbeit, die Encodier-Arbeit ist gerade rum und es ist einfach fast 4 GB groß und ach, wenn ich das jetzt hochlade, dann ist es heute Nacht irgendwann oben, deswegen, ich lad's geplant für morgen 18 Uhr hoch und da könnt ihr euch dann schon mal drauf freuen. Es wird, äh, es ist anders als die bisherigen, es ist, äh, gehaltvoller, möglicherweise, ich, äh, ihr, äh, ihr werdet das schaffen und ihr könnt auch bis morgen durchhalten, ihr alten Stinker, komm, Mensch, ich trink noch was auf euch, hm, ja, extra direkt wie ein Schwein trinken, dass ihr das auch hört, das muss man ja audi, äh, auditiv, das muss man ja hören, ich, jetzt hab ich, jetzt geht's wieder voll ab, also ich nehm jetzt gleich dann direkt noch mehr für die Woche auf, dass ich da auch wieder Material hab, oh, morgen seht ihr dann auch in dem Video meine Frisur, haha, 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 ich will euch jetzt nicht unnötig geil machen, aber, ähm, aber schon. Tja, gut, dann würde ich sagen, dann, äh, sehen wir uns morgen im Abo-Special, vielen Dank hier auch nochmal an der Stelle für 900 Abonnenten, ich greife einfach mal vor, weil ich es in dem Abo-Special eh mal wieder viel zu wenig betont hab, also ich hab gar nicht, aber, naja, dieses Mal hab ich, äh, mir einen kleinen Plan halt, dieses Mal hat das Abo-Special auch Hand und Fuß, deswegen möglicherweise also doch deutlich gehaltvoller als die letzten beiden, vielleicht gefällt's euch ja überhaupt nicht, mal sehen. Ja gut, also dann, äh, bis morgen beim Abo-Special, na, ihr Schlawiner und Schlawinerinnen, ciao, ciao.